hey hey hallo die alle leute und willkommen zu einer runde super jump diesmal mit dem lieben leon genau und ich habe heute mal den leon ausgesucht weil der leon etwas bisschen was auf dem kasten hat was jumpmann ging ich wollte mal ein bisschen schweren gegner weil ganz ehrlich leute ich bin nicht so gut wie ihr immer denkt das liegt einfach nur daran weil ich mir schlechte leute aussohle schnell spaß okay so schlecht bin ich schon auch nicht normal wir sehen uns gleich so und da sind wir auch in der runde mit der map red groove ja schon das erste mal gefehlt du bist bestimmt jetzt gleich durch so wie ich dich kenne nein noch nicht das zweite mal war halt irgendwie ein bisschen zu schnell jetzt bin ich auch wenn ja das ist eine runde und hey ich habe gelacht weil leon ist aufgefallen dass ich mir auf diesen seiten gehe weil ich einfach auf den seiten besser bin weil ich da nicht so verkrampfe ja ich verkrampfe dann immer so weil ich gewöhne mich an eine seite und deswegen habe ich meine lieblings auch kein problem habe ich meine lieblingsseite leute und deswegen was hat der leon gerade gecheckt so denkt sich so scheiße du gehst ja immer auf die seite deswegen soll ich ihn auch immer die ganze zeit einladen das war so taktik von kalle ich bin halt ein schlafen aber ich habe schon so lange nicht mehr mit ihm das gespielt dass ich das schon total verkrampfe nein ich war zwei blöcke vor hinten was wie schnell bist du denn NEEIN NEEIN jetzt halt nicht du auch nein ich bin aber ich habe einfach kein double jump gedrückt ich vollpfosten NEEIN was war das jetzt jetzt habe ich jetzt hat mein jump nicht funktioniert oh fuck jetzt muss ich aber mal ein bisschen gucken dass ich hier ein bisschen das war ganz richtig ich bin da einfach so richtig schön ins leere Alter fuck fuck man fuck man aber du jumpst gut durch das merke ich AHHHH ey ich mache mal ein sinnlose Fehler das war schon mit den Tudes so NEEIN FICKEN Entschuldigung Entschuldigung AHHHH Kein Problem Sagen du runterfällst ist das kein Problem nein das war jetzt nicht an dich Entschuldigung sondern an die Zuschauer dass ich hier jetzt das F Wort gesagt habe für freundliche Menschen für freundliche Menschen ich habe genau das habe ich freundliche Menschen gesagt NEEIN freundliche Menschen ey das wäre doch cool jedes mal wenn ich das sage blende ich da einfach freundliche Menschen ein NEEIN freundliche Menschen NEEIN NEEIN Ey da meinst du bist jetzt schon fünfmal gestorben was machst du Kalle ähm pipi kaka oh Alter das ist so nervig du musst dir immer so anhalten zwischendurch ich bin Kleine Baby du musst mich gewinnen lassen pipi kaka NEEIN NEEIN Alter Leon wer bist du denn scheiße was ist da los bei mir ich glaube wir bestimmt nicht ins Wasser fallen äh doch 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 alles easy Alter was ist denn da los bei mir sonst bin ich das Ding hier durchgejamben was ist mein Rekord hier und dann sind wir noch in einer Runde auf jeden Fall Leute jetzt müssen wir mal gucken dass wir das hier hinkriegen Boah was ist denn das für scheiße Sprünge hier ja die sind richtig mies ich weiß ich lauf erstmal fast drüber ey ich werd wahnsinnig NEEIN scheiße NEEIN scheiße Kalle mach ruhig weiter so das gefällt mir ich muss erstmal wieder reinkommen ich hab noch ein paar Tage keinen Jump gespielt oh man alter ich bin heute echt zu schnell unterwegs ich rutsch immer über die Blöcke drüber NEEIN ich auch eben gerade immer bei dem EIN bei mir liegt es aber auch immer noch daran dass ich nicht zu schnell bin sondern es liegt auch daran dass meine Tastatur einfach mal die Verbindung unterbricht WAS wie soll ich denn den Jump bitte schön schaffen lol der letzte ist aber übelst schwierig musst du bestimmt mit Anlauf ran ach quatsch glaub ich nicht glaub ich nicht GG so nächste Runde damit der Panda was zu schreiben hat haben wir die Map Panda genommen hier ganz viel Bambus Panda ganz viel Bambus ich bin auch gerade gefallen scheiße von einem Glas Ding vorbei richtig schön gleichzeitig also ich glaub wir sind genau an derselben Stelle runter gefallen Kalle ja NEEIN DU DRECKSAUGG ganz knapp ganz knapp JEPAPAPUS JEPAPAPUS ja Leute und das wars auch mit der Folge Super Jump für heute ja der Leon mir kommt durch mein Gesicht hier oh mein Gott iiii 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 auf jeden Fall Leute wenn es euch gefallen hat gebt einen Daumen nach oben das war es jetzt von mir ich bin weg und hinter mir rennt was grünes hinterher äh was rotes und ja ich bin weg ich wünsche euch was auf, wieder geschauen Tschüss.